Von dem Machhandelbaum Das ist nun lange her, wohl an die zweitausend Jahre, da war einmal ein reicher Mann. Der hatte eine schöne, fromme Frau, und sie hatten sich beide sehr lieb, hatten aber keine Kinder. Sie wünschten sich aber sehr welche, und die Frau betete darum so viel Tag und Nacht, aber sie kriegten und kriegten keine. Vor ihrem Hause war ein Hof, darauf stand ein Machhandelbaum. Unter dem stand die Frau einstmals im Winter und schälte sich einen Apfel, und als sie sich den Apfel so schälte, da schnitt sie sich in den Finger, und das Blut fiel in den Schnee. Ach, sagte die Frau, und seufzte so recht tief auf, und sah das Blut vor sich an und war so recht wehmütig. Hätte ich doch ein Kind, so rot wie Blut und so weiß wie Schnee. Und als sie das sagte, da wurde ihr so recht fröhlich zumute. Ihr war so recht, als sollte es etwas werden. Dann ging sie nach Hause, und es ging ein Monat hin, da verging der Schnee, und nach zwei Monaten, da wurde alles grün. Nach drei Monaten, da kamen die Blumen aus der Erde, und nach vier Monaten, da schossen alle Bäume ins Holz, und die grünen Zweige waren alle miteinander verwachsen. Da sangen die Vöglein, dass der ganze Wald erschallte, und die Blüten fielen von den Bäumen. Da war der fünfte Monat vergangen, und sie stand immer unter dem Machhandelbaum, der so schön roch. Da sprang ihr das Herz vor Freude, und sie fiel auf die Knie und konnte sich gar nicht lassen. Und als der sechste Monat vorbei war, da wurden die Früchte dick und stark, und sie wurde ganz still. Und im siebenten Monat, da griff sie nach den Machhandelbären, und aß sie so begehrlich, und da wurde sie traurig und krank. Da ging der achte Monat hin, und sie rief ihren Mann und weinte und sagte, »Wenn ich sterbe, so begrabe mich unter dem Machhandelbaum.« Da wurde sie ganz getrost und freute sich, bis der neunte Monat vorbei war. Da kriegte sie ein Kind, so weiß wie der Schnee und so rot wie Blut. Und als sie das sah, da freute sie sich so, dass sie starb. Da begrub ihr Mann sie unter dem Machhandelbaum, und er fing an, so sehr zu weinen. Eine Zeit lang dauerte das, dann flossen die Tränen schon sachter, und als er noch etwas geweint hatte, da hörte er auf. Und dann nahm er sich wieder eine Frau. Mit der zweiten Frau hatte er eine Tochter, das Kind aber von der ersten Frau war ein kleiner Sohn und war so rot wie Blut und so weiß wie Schnee.